Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es die Champions League Oracles vom Dienstag und zwar die Partien Atletico gegen die Bayern und Gladbach gegen Inter Mailand und ich oracle das hier mit den Champions League Stickern von TOPS und ja dann würde ich mal sagen wir starten in die erste Halbzeit und los geht's ich habe hier pro Halbzeit ein Tütchen so los geht's rufen wir mal ein bisschen aufpassen wegen dem großen Sticker hier so wir hätten hier Barcelona Messi Messi pick so jetzt muss ich mal gucken hier dann hätten wir schon wieder Messi ja moin zweimal Messi so am besten hierher oder so dann haben wir hier Real Madrid auch scheiße naja egal so dann haben wir hier das 0 zu 1 für Inter Mailand so das 1 zu 0 war das hier für Inter dann haben wir hier den nächsten Spieler dann haben wir hier ein von Lazio so dann haben wir hier Parathanaikos Athen oder wie die heißen also von Lazio Athen dann haben wir hier ich glaube Moskau ist das hier Dynamo Moskau dann haben wir hier Red Bull Salzburg und dann haben wir noch einmal Real Madrid und das war es mit dem ersten Sticker Tütchen jetzt hier weiter mit dem zweiten wir können hier gerne in die Kommentare schreiben was ihr meint wie die Partien ausgehen in der Halbzeit Analyse Analyse ja in der Halbzeit zeige ich euch meine Tipps Oha oha wir haben hier das 1 zu 0 für die Bayern durch Nianzu So jetzt mal mal gucken ich habe die Logos ein bisschen zu groß gemacht anscheinend aber es geht doch oder Nicht so auf meine Hand achten Ich wollte erst mit Handschuhen aufnehmen aber da kriege ich die Dinger nicht Und da haben wir das 2 zu 0 hier durch die Bayern Ich muss zweimal Goal machen hier weil ich einmal vergessen habe So zweimal Goal Ja Entschuldigung So dann haben wir hier State Runners So Dann haben wir hier den BVB mit Mats Hummels So Und dann haben wir das 1 zu 2 Durch Atletico Madrid Und das Tor hat gemacht Reminisc Reminisc So Dann ist das 1 zu 2 Dann haben wir hier Chelsea Dann haben wir hier den nächsten Spieler von Lok Moskau Dann haben wir hier das 1 zu 1 für Gladbach durch Zakaria So Und dann haben wir noch einmal einen von Liverpool hier Und das war es mit der ersten Halbzeit So Jetzt zeige ich euch mal meine Tipps So Meine Tipps sind Atletico gegen Bayern 1 zu 3 Und Gladbach gegen Inter Milan 1 zu 1 Ja wie gesagt Schreibt eure Tipps in die Kommentare So Erst wieder richtig legen hier Zack Noch ein bisschen rüber So Zack Jetzt kommen die Bayern nochmal hier rüber So So Okay mit den kleinen geht es noch Okay Dann geht es weiter mit der zweiten Halbzeit Und auf geht es So Ich bin mal gespannt So Und ich habe wieder welche zerrissen hier Ich sehe schon Man muss da so schwer aufpassen Wir haben hier das 1 zu 2 Für Atletico Doris Grinia Dann haben wir hier nochmal Dynamo Moskau glaube ich Aber ich denke schon dass das Dynamo Moskau ist Dann haben wir nochmal Ähm Athen Äh Da Da So Dann haben wir hier Äh Ja Donuts glaube ich Dann haben wir hier Den nächsten Spieler hier Und da haben wir das 2 zu 2 Durch Trippier Trippier Und dann geht es weiter mit einem Äh Paris Spieler Dann haben wir hier äh Club Brücke Dann haben wir hier Olympique Marseille Und dann haben wir hier noch Äh Was ist das Mithiland Oder wie das Wie der Verein heißt Mithiland Und dann kommen wir auch schon zum letzten Tütchen Und dann ist die Entscheidung bald Getroffen Vom Orakel So Wir haben Den nächsten Spieler Und zwar Rainer Vom BVB Wir haben Von Zenith Super So Der nächste ist hier Roberto Von Barcelona Dann haben wir hier von Porto Uribe Dann hätten wir hier Ach wie heißt der Verein nochmal Jetzt komme ich nicht drauf Äh Malinowski Malinowski Aber auf den Verein komme ich jetzt nicht Hier von Lazio Parolo Den Verein Komme ich jetzt auch nicht Zabella Dann haben wir hier von Dynamo Moskau Popov Popov Und dann haben wir hier noch von RB Salzburg Junuzovic Und dann haben wir noch RB Leipzig Tyler Adams Und dann war es das mit diesem Orakel Ähm Das Orakel besagt Dass Atletico gegen Bayern 2 zu 2 spielt Und Gladbach gegen Inter Mailand 1 zu 1 Ja Wie gesagt Ich zeige nochmal meine Tipps So 1 zu 3 Und 1 zu 1 So Dann würde ich sagen Lass doch kostenlos ein Abo da Und Aktiviert die Glocke Dass ihr nicht mehr verpasst Auf meinem Kanal Und Lass auf dieses Orakel Ein Like da Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Video Oder Livestream Und Auf Wiedersehen